Hey, willkommen zurück bei Z-Line's Mission 25. So, wir haben gerade ein Haus zerstört von denen, seht ihr? Ja, haben wir gemacht und ein bisschen was gesetzt. Und wir dürfen weiter in die Richtung bauen und ihm das Leben schwer machen. Das ist mein Hobby. So, ähm, er darf nicht an unseren Fels kommen, das ist natürlich verboten. Das ist mein Fels, deswegen machen wir dicht. So, und wir müssen gucken, dass wir vielleicht irgendwann mal jetzt dann demnächst, ähm, Eisen finden. Ganz dringend Eisen, ganz viel und dringend. Ohne das wird es bald nicht mehr weitergehen. Und natürlich unser Land schützen, das sollten wir auch noch. Deswegen schön Widerstand hier reinbauen. So, hier kommt der lange noch nicht, da machen wir aber trotzdem mal zu. So. Dass uns hier nicht irgendwie hinunterfallen kann. Vor allem wenn wir hier vielleicht demnächst irgendwann mal anfangen zu schmelzen. Vielleicht denke ich eher, dass es hier passieren wird, weil dort wird wahrscheinlich irgendwo unser Eisen liegen. Aber das kann ja jetzt keiner so genau sagen. So, Soldaten. Haben wir noch ein bisschen was. Nicht mehr viel, aber... Es dürfte reichen. Und hier haben wir... Oh. Okay, hier werden wir auf jeden Fall Eisen abbauen. Und das werden wir auch gleich anschließen. Einmal. Dann werden wir es einschmelzen irgendwo. Wo machen wir das am besten? Vielleicht gerade hier. Schmelzen. Weg. Verbinden bitte einmal. Vielleicht dürfen wir ja. Nein, dürfen wir nicht. Auch schade. Müssen wir da rüber gehen. Und vielleicht von dort eine direkte Verbindung nach oben machen. Weil wir brauchen das natürlich hier unten. Und nicht irgendwo in Wuchs die Hude. Und werden auch gleich noch hier anschließen. Die Kohle. So, dann kommt es hier zum Schmelzen. Dann gleich zum Waffenschmied. Den machen wir gleich hier irgendwo. Moment. Den machen wir doch. Den machen wir hierher. Auf dem Schmelzen. So. Einmal anbinden. Und dann machen wir hier gleich noch ein Lager. Wenn wir schon mal hier sind. Wird geschützt. Von diesem Gebäude. Und ist schön an der Grenze, muss ich sagen. Aber wir können hier vielleicht irgendwann mal noch... ...große Gebäude bauen. Auf jeden Fall über die Wüste würde er erstmal nicht kommen können. Doch kann er. Ach scheiße. Warte mal. Warte mal. Lager nicht hier. Lager machen wir. Lager machen wir, machen wir, machen wir. Scheiß, wo machen wir es hin? Vielleicht hier. Und dann hier anschließen. Und dann hier anschließen. Okay, passt. Das reißen wir noch mal ein. Und zu unserem eigenen Schutz. Und bauen wir hier eine Festung. Sodass hier alles schön geschützt bleibt. Oh, hier sind wir fertig. Und dann machen wir eine Partie drücken weiter. Ich hoffe nicht, dass mir das Material losgeht. Das wäre schlecht. So hat das. Perfekt. Nehmen wir das hier. Das da ist gut. Passt. So, Gebäude besetzt. Nochmal eine Meldung. Gebäude besetzt. Hier oben. Jetzt bevor sie hier irgendwie noch blöd herkommen. Machen wir lieber hier noch dicht. Oh, nochmal ein Gebäude. Was für eine Verschwendung, Alter. Aber ist mir scheißegal. Gebäude besetzt. Da oben können wir dann Fische hinsetzen. Hier. Das ist mal ein bisschen angeln. Ich glaube, wir haben genug Gebäude. Da brauchen wir nicht. Achso, eine Goldschmelze. Sollten wir noch anschließen. Welche waren das jetzt? Hier oben, ne? Ah ja, genau. Äh. Vom Essen her müsste es ja reichen. Und dann. Später. Bickel haben wir. Drei haben wir gesagt, ne? Drei. Okay. Dann passt es ja. Eisen, Gold und, äh, Kohle. Mehr brauchen wir nicht. Und jetzt dürfen sie erst mal arbeiten. So, den Weg werde ich hier nicht entlang ziehen. Obwohl doch, wir machen hier eine Verbindung. So. Falls wir nochmal Bäume brauchen, müssen wir halt nochmal hier irgendwo Holzfäller machen. Baumkludscher und so. Aber naja, später braucht man sowieso kein Holz mehr. Dann wird es gesammelt. Und bis jetzt sieht es ja eigentlich noch gut aus. Mal jetzt. Bis jetzt. Gänze kann man einfach. So, den Bäcker haben wir. Müller haben wir noch keinen. Der kommt aber. Und hier oben. Backe. Das ist nicht gut. Da wird nochmal eine Goldschmerze gut. Ich hoffe, dass hier echt sich das lohnt mit Reisen, ey. Also anfangen müssen wir abbauen. Irgendwann jetzt. Weil sonst wird es langsam nämlich eng. Und das ist nicht gut. Können wir da vielleicht gerade hier durch? Ja. Ne, wir können hier. Gehen wir da lang. Einmal durch die Wüste. Perfekt. Und einmal einen Geologi hierher. Mal ein bisschen hier durchsuchen lassen, was es gibt. Und dann einmal einen Bauarbeiter vielleicht kommen lassen. Und Material. Weil irgendwie geht da gerade nichts mehr. Da kommt nichts mehr an. Wir dürfen nochmal laufen lassen. Die Gefreiten müssen raus. Und die Obergefreiten. Und durch Unteroffiziere bitte einmal ersetzen. Oh, da buddeln sie. Da wird kräftig gebuddelt. Oh, da unten. Shit. Ah, da kommt schon Holz. Sehr gut. Granit haben wir hier noch. Ah. Also doch üppig bestückt hier alles, ne? Können wir auch noch hier einen herschicken. Vielleicht noch hier unten. Mal ein paar Geologen rausjagen. Da gibt es bestimmt noch einiges zu holen hier. Wie viele Siedler haben wir eigentlich? 74. Fast. So, da hatten wir auch noch ein bisschen was. Oh, scheiße. Ah, da kommen sie auch wieder. Mist. Dort bringen sie Holz. So, dann gucken wir mal die Soldaten raus. Ah, das bringen sie auf die Baustelle hier. Goldschmelze. Äh, Goldschmelze. Dann sollte ich auch noch einen Weg hinbauen zum Schmelzen, ne? Was gleich verteilt wird. Ähm. Achso, jetzt wollen sie natürlich alle hier durchlaufen. Ah, Mist. So, da vielleicht kriege ich die Möglichkeit noch. Ich gehe mal bis hierher und vielleicht dann verbinden. Wer weiß. Ja. Ja, funktioniert. Jawohl. Geht doch. Was ist los? Kohle. Hier oben gibt es wohl Kohle. Aha, sowas. Oh, Leutnant. Na, wo willst denn du hin? Na, aber hör mal. So, eins, zwei, drei. Wir müssen unseren... Ah, nee, jetzt müssen wir den auch noch anschließen, ey. Wir brauchen immer so viel Material. Ja, das hätte man auch so machen können. So. Und da sollen sie mal den Scheiß hier anbringen. Vielleicht können wir den Weg hier etwas reduzieren, mit dem man vielleicht... Ja. Ja, mal so durchgehen, dann können wir den abreißen. So, ist besser. Dann haben wir einen kleinen Bogen, aber das macht nichts. So, durch dieses Gebäude haben wir Land verloren. Boah, war das knapp. Leck. Oh nein, da hat es uns erwischt. Nein. In den Sack. Egal, wir kommen von hier oben her. Und von hier auf jeden Fall. Machen wir halt hier weiter. Scheißegal. Zumachen muss ich, weil ich ja hier natürlich... Meine... Oh, Gold. Schön. So, ich bin ja mal gespannt, wann da unten mein Material kommt. Holz fehlt, ne? Das ist ziemlich viel. Klar, ich habe auch jetzt ziemlich viele Projekte am Laufen. Jetzt muss ich ein bisschen Baustopp machen, weil sonst wird es ein bisschen zu heftig. Ich habe mich schon wieder nämlich übernommen. Aber ein Großteil der Gebäude sind ja schon fertiggestellt. Beziehungsweise die kleinere Außenposten. Was sagt unsere Statistik langsam? Militärisch hat er uns überholt. Klar, er schmilzt ja auch. Und produziert schon Waffen. Im Rest sind die ihm noch überlegen, oder? Nein, die beiden auch nicht mehr. Also langsam geht da was, so wie es aussieht. Bei dem. Also hier werde ich jetzt meine Grenze abstecken. Hier oben noch. Und dort. Und dann werde ich eigentlich nur noch in die eine Richtung gehen. Hier oben werde ich jetzt auch nicht mehr viel machen. Da werde ich bloß noch hier eine Grenze machen. Dann werde ich dort nicht mehr weiter gehen. Dann haben wir den Berg für uns. Der Rest ist mir eigentlich dann schnups wie pipi scheißegal. Das Land hier brauchen wir nicht. Da verbinden wir dann den Weg hier nach unten noch. Und dann machen wir hier dicht. So. Da können wir dann noch ein größeres Gebäude ranbauen. Um das uns hier zu nahe kommt. Vielleicht hier noch eins. So. Aber jetzt reicht es. Moment. Dann hast du den Weg hier wohl. Gebäude besetzt. Besetzt. Da müssen wir noch warten. Müssen wir hier vielleicht noch zu machen. Da könnten wir vielleicht auch noch zu machen. So. Aber dann reicht es. Mehr brauchen wir nicht. Mehr Land brauchen wir nicht. Nö. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass wir hier noch ein bisschen das Gold den Weg nehmen, dass dann nichts mehr geht für die. Und vielleicht hier oben noch tun wir also nur noch oben sein Berg bauen. Mehr ist eigentlich scheißegal. Ich glaube, ich produziere schon Nahrung, hä? Brot. Wie sieht es aus? Zwei Stück nur. Ich denke, irgendwann werden jetzt auch dann die Minen hier anspringen. Ah, guck mal, hier kommt schon. Jawohl. Mach was draus. Lass laufen. So, dass der uns nicht gleich hier zumüllt. Mit Sachen werden wir erstmal das Material noch sperren. Wenn der dann fertig ist. Unser Werkzeug-Schmied. Oh, hier oben. Ach, du scheiße. Ah, gut. Okay, das kann vielleicht reichen. Mit dem ein bisschen wegzutun. Hey. Geil. Lauter Unterfiziere. Ist gut. Gar nicht mal so gut. Ist der auf halb? Ne, der ist auf voll. Oh je, ich hoffe mir. Wir schaffen das noch. Ich weiß nicht, was sie hier erwarten. Ich denke, das wird ein Außenposten. Da kommt auch schon das Holz. Ah, shit. Ah, die versorgen erstmal hier, ne? Oh, Backe. Los, fällt Bäume. Packt alles nieder. Und, wird's reichen? Wird's reichen? Ah, nein. Zu großer Widerstand. Scheiße. Na ja, okay. Wir müssen hier kurz ein Poison machen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bleibt auf jeden Fall dabei. Ciao.